Eine Ärztin ist bei Stern TV komplett ausgerastet, als es um das Thema ausländische Fachkräfte ging. Sie spricht nämlich das aus, was die öffentlichen Medien und die Politiker verschweigen und Stern TV hat dieses brisante Video offenbar gelöscht. Ich habe dieses Video noch gespeichert, also gehen wir jetzt mal zusammen durch. Was ist in Deutschland? Wir haben sehr viele Herausforderungen und auch Probleme verbunden. Probleme, die unsere Politiker gerne verschweigen. Und einer betroffenen Ärztin ist jetzt der Kragen im Fernsehen geplatzt, als es um das Thema ausländische Fachkräfte ging. Ich habe euch mal zwei Ausschnitte aus der TV schon mitgebracht. Und ich habe übrigens das ganze RTL-Archiv und auch den Stern TV YouTube-Kanal durchsucht nach dem Originalvideo. Aber offenbar wurde es gelöscht. Es war nicht mehr zu finden. Es war wohl zu brisant. Schauen wir mal rein. Also nochmal, wir brauchen diese Pflegekräfte, auch diese ausländischen Pflegekräfte. Es gibt diesen Notstand. Wenn ich als Arzt gleichzeitig Deutschlehrer-Integrationsbeauftragter UNO-Blauheld sein muss, weil ich dafür sorgen muss, dass der Mexikaner sich nicht mit dem Syrer kloppt im Arztzimmer, dann muss ich ganz klar sagen, dann habe ich keine Zeit mehr, mich um meine Patienten zu kümmern. Wenn Sie Kollegen haben, die sich zum Beispiel aufgrund ihrer Herkunft weigern, zum Beispiel von weiblichen Kolleginnen eine Anweisung zu übernehmen, dann finde ich das schon relativ grenzwertig, vor allen Dingen, wenn sie kompetenztechnisch dem weit hinten anstehen. Und selbstverständlich auch bei einer ganz, ganz klassischen Situation, an die ich mich immer erinnern werde, wo es um eine Kommunikation im Team ging, die wichtig war für eine adäquate Lagerung eines schwerverletzten Patienten. Und dieser Kollege hat nicht verstanden, worauf wir hinaus wollten und hat den Patienten entgegen unserer Anweisungen gedreht und gewendet. Nicht verstanden wegen der Sprachbarriere. Korrekt. Und hat in dem Falle tatsächlich den Patienten genau in die andere Richtung gedreht, was natürlich bei einer Wirbelsäulenverletzung nicht akzeptabel ist. Also Frau Dr. Sarah Eitag, Oberärztin aus Idar-Oberstein, spricht hier gleich zwei wichtige Themen an. Sie spricht sowohl von einer Kulturbarriere als auch von einer Sprachbarriere. Und das Zweite könnte man ja noch sehr gut verstehen und auch mit Sprachkursen daran arbeiten. Aber gerade das erste Thema ist ein wichtiger Punkt, der von den Politikern ignoriert und totgeschwiegen wird. Menschen aus anderen Ländern haben nämlich sehr oft andere Kulturen und auch oft eine andere Religion. Man kann also nicht davon ausgehen, dass diese Personen die gleichen Normen, die gleichen Werte wie die deutschen Bürger in Deutschland haben. Tja, und das muss man natürlich tolerieren. Andere Kulturen, alle Religionen müssen wir tolerieren. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ab einem gewissen Level muss man dann nämlich ganz deutlich sagen, bis hierhin und nicht weiter. Sobald die in Deutschland gelebten demokratischen und freiheitlichen Werte angegriffen werden, muss man nämlich diese Angreifer in ihre deutlichen Grenzen weisen. Wenn es also, so wie Frau Sarah Dr. Eitag hier im TV sagt, sich der Mexikaner mit der Syrer im OP-Saal kloppt, dann ist das ein eindeutiges No-Go. Stell dir mal zum Beispiel vor, da liegt ein schwer verletzter Palästinenser und dann kommt plötzlich ein israelischer Arzt und sagt, ah nein, ich weigere mich, den zu versorgen. Oder das oben genannte Beispiel von dem religiösen Mann, der sich weigert, Anweisungen von einer Frau entgegenzunehmen. Tja, und dann denkst du vielleicht, ach, das war doch ein Einzelfall und sowas passiert doch überhaupt nicht. Quatsch, ich habe das sogar selber live erlebt. Ich hatte eine Arbeitskollegin, die so wie ich Immobilien vermietet und die hatte ihre Wohnung neu vermietet an einem Mann aus Saudi-Arabien. Und dieser Mann zahlte seine Miete nicht und meine Arbeitskollegin fragte dann mehrmals nach und schickte auch Mahnungen. Und irgendwann wurde es ihr dann zu viel und sie ist dann mit ihrem Mann zu der Wohnung und zu dem Saudi-Arabier hingefahren und haben ihn zur Rede gestellt. Und der Mann zahlte deswegen keine Miete und reagierte deswegen auf die Nachrichten nicht, weil er von einer Frau keine Anweisungen entgegennimmt. Boah, da dachte ich mir, das ist echt krass. Tja, und dann haben die einfach den Mietvertrag abgeändert auf den Ehemann meiner Arbeitskollegin und dann gab es plötzlich keine Probleme mehr. Also dieses Missverständnis konnte dann aufgeklärt werden. Aber liebe Zuschauer, ich sag euch mal was, das ist kein Missverständnis. Das ist einfach ein großes Problem zwischen Kulturen, Religionen und Werteverständnissen. Es kommen sehr, sehr viele Menschen zu uns, sowohl Flüchtlinge als auch gut ausgebildete Fachkräfte und die haben nun mal eine andere Kultur und auch eine andere Religion. Und generell ist ja absolut überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber wenn diese andere Kultur und diese andere Religion sich gegen die gelebten Werte in Deutschland richtet, zum Beispiel indem man andere Religionen diskriminiert oder indem man Frauen als Menschen zweiter Klasse definiert, dann ist das ein absolutes No-Go. Und genau dieses Problem wird von vielen unserer Politiker einfach totgeschwiegen. Und mittlerweile ist das aber schon so groß, dass sogar die Grünen ein Gesetz dagegen schaffen wollen. Die Grünen haben im Bayerischen Landtag folgenden Antrag eingereicht. Der Landtag solle beschließen, Die Staatsregierung wird aufgefordert, erstens das Angebot an sicheren, dezentralen Unterkünften für eine LSBTIQ-Geflüchteten dem gestiegenen Bedarf anzupassen und den regelmäßigen Anschluss an die quere Community zu gewährleisten. Queren Flüchtlinge proaktiv solche Schutzunterkünfte anzubieten. Und die Begründung dafür? Häufig sind quere Geflüchtete gezwungen in Gemeinschaftsunterkünfte, die eigenen quere Identität zu verheimlichen, aus Angst vor Bedrohung, Diskriminierung und Gewalt anderer und Asylbewerber aus querfeindlich geprägten Ländern und Kulturen. Das liegt mitunter auch an mangelnder Sensibilisierung des Personals vor Ort, dass die Umstände nicht erkennt und entsprechend reagieren kann. Jetzt ist also das deutsche Personal daran schuld, dass sich die Flüchtlinge untereinander an die Gurgel gehen. Also was für ein grüner Schwachsinn. Aber darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Die Grünen haben erkannt, dass es unter den Flüchtlingen zu Bedrohung, Diskriminierung und Gewalt kommt, weil sie unterschiedlichen Religionen, Kulturen und Wertevorstellungen haben. Es kommen also Menschen zu uns, die nicht tolerant zum Beispiel gegenüber Transgender und Schwulen sind. Tja, und ich sage euch mal was. Diese Leute sind auch nicht tolerant gegenüber anderen Religionen und Frauenrechten. Die haben einfach ein ganz anderes Menschenbild. Und das leben sie bei uns auch aus. Und gerade wenn diese Menschen aus einem Land flüchten, wo zum Beispiel Krieg ist und wo sie traumatisiert sind, dann ist nun mal der Überlebensinstinkt viel größer ausgeprägt als die politische Korrektheit. Und letzte Woche ging zum Beispiel ein Video auf Twitter viral, was in einer belgischen Stadt in einer Schule aufgenommen wurde. Schüler an einem LGBTQ-Stand und einer Fahne an einer weiterführenden Schule in Belgien, in der Stadt Genk, mussten fliehen, weil im Land geboren und aufgewachsene muslimische Jugendliche die Schüler und die Fahne anspuckten und riefen Alua Akbar mit Gewalt der Einschüchterung. Also, das ist schon ziemlich krass. Wir sehen deutlich, dass die unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Wertevorstellungen unser Land zwar auf der einen Seite bereichern, aber auf der anderen Seite auch zu massiven Problemen führen. Und unsere Politiker versuchen, dieses Problem zu ignorieren, als wäre es gar nicht da oder es würde sich schon von alleine lösen. Aber so funktioniert das nicht. Das Problem ist da und es wird noch viel, viel größer, vor allen Dingen, weil ja unser Sozialstaat auf Migration angewiesen ist. Aber das war jetzt mal das eine Thema. Kommen wir noch mal zu dem zweiten Ausschnitt aus diesem TV-Interview mit der Ärztin. Und jetzt plötzlich sollen es 500.000 ambitionierte Krankenschwestern aus Uruguay rocken. Also ganz ehrlich, also so langsam verstehe ich auch diese Politik nicht mehr, muss ich sagen. Und das ist nichts anderes außer, es ist Stehlen. Weil wir stehlen diese Arbeitskräfte aus Ländern, die diese genauso dringend brauchen, wenn nicht sogar mehr. Und auch mit dieser Aussage spricht Frau Dr. Eitag einen sehr wichtigen Punkt an. Gut ausgebildete Fachkräfte sind in vielen Ländern der Welt große Mangellage. Vor allen Dingen in Ländern, deren Bildungssystem sehr schlecht ist. In vielen Ländern der Welt ist der Zugang zur Bildung nämlich sehr, sehr schlecht und kostet enorm viel Geld. In Deutschland ist zum Beispiel das Studium kostenlos. Aber in vielen Ländern der Welt kostet das Studium extrem viel Geld und das können sich die wenigsten dort leisten. In Deutschland haben wir zum Beispiel eine Ärztedichte von 4,33 Ärzten pro 1.000 Einwohner. In Indien dagegen haben wir laut Wikipedia nur 0,78. Also weniger als ein Arzt pro 1.000 Einwohner. Also Deutschland hat fünfmal so viele Ärzte wie Indien und trotzdem wollen wir jetzt Ärzte aus Indien abwerben? Okay, vielleicht sind das ja in Indien jetzt die IT-Spezialisten. Aber glaubt ihr denn, bei denen sieht es besser aus? Nein. Und genau das ist das Problem, was Frau Dr. Eitag anspricht. Wir klauen den anderen Ländern ihre Fachkräfte, die sie dringend brauchen, nur weil wir selber zu wenig Nachwuchs bekommen. Tja, und jetzt könnte man natürlich eiskalt sagen, hey, so ist nun mal der Markt, das ist Angebot und Nachfrage. Das haben wir doch in Deutschland schon immer. Die ganzen Ärzte ziehen ja auch vom Land in die Stadt, weil sie dort mehr Kohle bekommen und die Menschen auf dem Land schauen einfach in die Röhre. Ja, das ist so. Aber ist das denn eine gute Lösung? Ich sage nein. Ich bin nämlich für eine andere Lösung. Ich bin dafür, dass unsere Regierung endlich mal ordentlich Geld in die Hand nimmt für das wichtigste Thema dieses Landes und endlich gute Familienpolitik macht. Wir brauchen dringend Nachwuchs. Wir haben einfach ein riesengroßes Demografie-Problem und das löst man am besten, indem man das Kinderkriegen wieder attraktiv macht. Und damit löst man natürlich das Problem nicht von heute auf morgen, aber für die Zukunft und in der Zwischenzeit können wir Zwischenlösungen machen. Und deswegen, weil wir das Problem für die Zukunft lösen, müssen wir damit jetzt starten, ansonsten ist es zu spät. Tja, und was gehört für mich für eine gute Familienpolitik dazu? Erstens, man darf das Bild einer intakten Familie nicht ständig beschießen. Beispiel. Wenn Politiker die Worte Mutter und Vater verbieten wollen, dann läuft etwas Grundlegendes schief. Das muss dringend aufhören. Zweitens, den Bürgern muss endlich mal die Wahrheit über unser Sozialsystem erzählt werden. Es muss deutlich gesagt werden, dass unser Sozialsystem samt Bürgergeld und samt Rente in wenigen Jahren kollabieren wird, wenn wir nicht mehr Kinder bekommen. Und es muss damit aufgehört werden, irgendwelchen Unsinn mit höheren Beiträgen oder Anhebung des Rentenalters zu machen, weil das löst das Problem nämlich nicht, sondern versteckt es nur für kurze Zeit und dann geht es wieder von vorne los. Also, den Leuten müssen aufgeklärt werden, um mal den wahren Grund dafür zu sehen, warum wir mehr Kinder brauchen. Und drittens, Kinderkriegen muss natürlich auch viel attraktiver gemacht werden. Die meisten machen keine Kinder wegen fehlender Finanzen oder wegen der Karriere. Es müssen deswegen finanzielle Anreize geschafft werden, dass sich die Bürger eben nicht fragen müssen, ob sie sich Kinder leisten können. Kinder müssen immer möglich sein. Und viertens, es müssen entweder die Möglichkeiten zur Kinderbetreuung massiv ausgebaut werden, oder es muss sich finanziell lohnen, Vollzeithausfrau oder Vollzeithausmann zu sein. Tja, wir zum Beispiel in meiner eigenen Familie arbeiten jetzt an dem dritten Kind und wir können das nur machen, weil wir eben die finanziellen Möglichkeiten dazu haben. Und ich wünsche mir für Deutschland, dass jeder die finanziellen Möglichkeiten hat, so viele Kinder zu machen, wie er will. Weil Kinder sind nicht nur etwas sehr Schönes, sondern wir brauchen Kinder. Und wenn wir dann genug Kinder haben, dann brauchen wir auch keine Migration mehr. Dann können wir zwar immer noch sehr, sehr gerne Migration machen, aber das Überleben unseres Landes und unseres Sozialsystems ist nicht mehr davon abhängig.